Und da anhalten. Und hier parken. Hier. Reparieren. Zack. Der ist noch hier drinnen. So, mir egal. Krieg ich hier einen Spawnpunkt irgendwo hingehauen. Ich höre schon. Siehst du da hinten? Wir machen schön alle den Typen. Na, willst du nur mal anfangen? Ist mein Fliegelchen kaputt geschossen? Ja. Ist mir aber egal. So, wirklich das Bauleuchte. Tja. Sag mal, bin ich denn hier total verkehrt? Den müssen wir noch erobern können. Oder nicht? Ja, ja. Wieso sehe ich hier nichts? Die Map im Arsch, oder was ist los? Da bin ich hier falsch gelandet. Also ehrlich, da habe ich hier die verkehrte Map aufgerufen. Da ist nur noch was los. Zack. Plöp. So sieht's aus, mein Freund. Schutzschild generator kritisch. Geht doch. So geht's. So sieht's aus. Wieso habe ich denn die Maps so komisch? Ich noch mal gucken. Einer eingetroffen? Nö. Das ist schön. Da geh ich wieder. Prüft. Sieht mich keiner. Ich höre Feuer hier hinten. Aber. Ich bin auch relativ Latte. Der qualmt schon echt wie die Sau. Schutzschild generator kritisch. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Macht der Typ kalt. Bumm. Muss machen. Ja, toll. Toll. Interessiert mich das? Nein. Katsching. Wo hänge ich hier? Das ist ja schön. Den Abschluss will ich nicht überleben. Doch. Habe ich. Oh. Wurde das gefixt? Wenn man abgeworfen wurde? Dass man nicht direkt den Löffel abgibt. Schussschild generator kritisch. Generator zerstört. Wiedersehen. Will er wieder direkt reparieren? Ein Nachsitzung kostet nix. Generator stabilisiert. Was stabilisiert er denn da? Will den Willen, Vanos zu spüren bekommen. Und hier ist dran, wird schwer. Lalalalalala. Wir könnten nochmal A einnehmen. Ja, wenn ich ein A hätte zum A nehmen, wäre es ja nicht schlecht. Generator stabilisiert. Was ist das für Dinge? Komm weg mit dem Scheiß, Team. Ich brauche zusätzliche Batterien. Hap. Nimm die Munition. Ich bin dir sehr dankbar. Weg, die Sau. Wo sind die? Die sind um die Ecke. Spion nix mehr. Ja. Lass mich rein. Komm raus mit dem Sun, oder? Komm wir nicht rein. Komm wir nicht rein. Komm wir nicht rein. Das ist ganz übel. Der qualmt wie die Sau. Na gut. Reparatiert doch keiner mehr. Reparatiert. Da kam die Sau her. Der ist kaputt, ne? Ne, der lebt immer noch. Bitte. Verlegen. Ich brauche Verlegung. Eigene Popo-Köppe. Haben wir nicht schon geschossen. Das war klar. Das war der Standard-Kill. Macht nix. Nein, will ich nicht. Ich will drinnen rauskommen. Ist aber nicht mehr mit drinnen rauskommen, oder? Hält's vom Hocker? Hält's vom Hocker? Kann ich angehen. Repariert, 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 repariert. Feierabend. Das wird wieder so gut sehen, neulich. Ich kann das reparieren. Wenn wir es her dann kommen. So, sehr schön. Das war jetzt gut. Generator zerstört. Das war jetzt. wofür das war so sieht's aus so ein besicht ist alles gut hier bis auf dass mein Radar so komisch ist wundert mich etwas SKE kritisch sehr schön boah da sind genug brauchen wir nicht mehr hin da brauchen wir höchstens hin gehen wir aus dem Weg gehen wir bitte aus dem Weg danke hat sie zerfetzt? zerlegt? sehr gut der ist auf unserer Seite sehr gut ja das war's würde ich sagen dann ich habe hier Munition für dich oben wird seine Rübi hüpft ja ich weiß nicht warum ich hier einen Bug habe aber ich habe einen Bug und zwar ein kräftigen das wird wieder so viel neu sein haut eine rein woher fährt der denn? willst der nicht repariert werden? und Reparatur vor allen Dingen wo haben wir jetzt das Ding erobert? ich bin dir sehr dankbar ja da war wieder Mr. Burns habt ihr gehört? irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Radar wir stehen hier keine Punkte mehr angezeigt ich bin zu blöd irgendwas habe ich aus Versehen ausgestellt hier ist noch was wir stehen kurz vor dem Sieg alles gut oh nochmal schnell Leute durch die Gegend schmeißen Leute durch die Gegend schmeißen Suche Dodge Kick hier sowieso weg suche immer aber nicht haben Brot ja ich liebe es du Schwachkopf ich liebe es du Schwachkopf lalala